Für mich ist die Jagd jedes Mal spannend. Es wiederholt sich so gut wie nichts. Das Wild ist auch anders. Das ist für mich eine Herausforderung. Also heute verbringe ich bei weitem nicht mehr so viel Zeit mit der Jagd, als das noch war, als ich ein Revier geleitet habe mit Staatswald und Regiejagd. Ich verbringe im Winter weniger Zeit mit der Jagd, nur falls wir Treibjagden haben. Im Sommer ermöglicht es sich mehr zu jagen, als im Winter, weil es dann schon dunkel ist. Ich gehe auch öfters ohne Gewehr ins Revier und muss auch nicht unbedingt den Hintergrund haben, dass ich jetzt was schieße. Am Schluss von der Jagd möchte ich natürlich auch Erfolg haben. Die Auswirkung auf das Ökosystem durch meine Jagdausübung ist sicher bescheiden, aber nicht uninteressant. Ich pflege zu Drückjagden immer zu sagen, hier zählt nicht der Erfolg des Einzelnen, sondern der Gesamterfolg. Das Fleisch von den Tieren ist gesünder als das, was man im Supermarkt kaufen kann. Man weiß, woher das Fleisch kommt, dass es nicht aus der Massentierhaltung ist. Ich finde es sehr gut, dass der Wolf wieder zurückkommt, weil hier die Pfalz zum Beispiel, das ist die Heimat von denen. Und hier gehören sie eigentlich her. Ich sehe, es hat sich in 200 Jahren sehr viel verändert. Grundsätzlich stehe ich der Rückbesiedlung positiv gegenüber, aber ich glaube nicht, dass er an jedem Fleck in jeder Region unseres Landes zurückkommen wird und zurückkommen muss. Also ich möchte positiv in die Zukunft gucken, würde junge Leute animieren, Jäger zu werden, mitzusprechen, mitzuregulieren und so auch ein positives Signal zu setzen, wir brauchen die Jagd. Ich würde es jedem empfehlen, den Jagdschein zu machen, weil es einem ein sehr gutes Gefühl gibt, wie sich die Tiere verhalten, wie sich die Vegetation verändert. Im Laufe des Jahres bringt einem auch einen großen Ausgleich zum Alltag, wenn man einen Tag im Revier verbringt. Ich werde es um einen Tag im Revier verbringt.